Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen, naja, Letztich Play kann man sich nennen, denn ich will es Gameplay nennen. Und man sieht es schon, es ist die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3. Genau, ich glaube wir facken gar nicht lange. Neues Spiel. Und ihr werdet sehen, wie ich verkacke. Ja, ich bin ein richtiger Shooter-Noob. Ich glaube ich spiele lieber auf Regular anstatt auf Hardenet. Oder was auch immer das heißen soll. Äh, ja, rein ins Getum. Ich habe es schon mal angespielt zum Spiel, aber ich muss nur erst mal das Intro laufen. Shepard created a war. But only we knew the truth. Frames, bitte überlebt es. Ja, ich weiß, äh, das Laden dauert jetzt etwas sehr lange, deswegen werde ich das bis es gleich fertig ist, überspringen. So, hier bin ich wieder, ist jetzt sofort fertig. Ja, jetzt. Elikopter. Was? Wo? Hä? Was? Was ist mit uns los? Was ist mit uns? M.V.T.V. Ja, und somit kommt der nächste Ladebütturm. Aber dann lass dich laufen, bis die Sequenz zu Ende ist. Dann werde ich wieder was bringen. Ja, ich habe einen Deltaforce-Team in Bennett Field. Kullsign Metal. Overlord, Metal Zero One is up on Green Satin. Das ist Sandman. Understand, wir sind OPCON-TU. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum until it's down, you'll have no radio contact. I have ground SS to get you close. Copy all. We'll get it done. Wir spielen die Deltaforce für die United States Army. Wir sind Frost. Ja, wir werden überspringen den Ladebildschirm. Bis gleich. So. Hier bin ich wieder. Ist jetzt fertig. Und jetzt stürzen wir uns los ins Getümmel. Und die werden uns nicht mehr. Aua. Was? Mir geht's gut. Hm. Oh mein Gott. New York sieht nicht gut aus. Danke. Ah yeah. Das wird lustig. Hum. Ich glaube immer zu früh nach. Ach da war mir eine Statue. Du bist keine Statue. Fuck. F*** dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das ist mir ja von Korbüten gegründet. Schnell danach. Fuck. Ein bisschen weiter bringt mir alles nichts. Fuck. Und deswegen will ich auch nur auf regular spielen, weil der Rest ist einfach zu hart für mich. Ah, hallo Truck. Und dann hier. Warum? Ach, ich dachte schon, oh. Und Schiss. Ja, wo bist du? Ach, da. Ja. 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 offenbar co doch das gefällt mir doch auch ein bisschen besser Bist du tot? Ich hoffe. Jo. Von da oben. Aha. Ah, schlecht. Egal. Gechillt bleiben. Ja, okay. Das sollte ich gerade machen. Und es hat... Oh, äh, Dolph? Stirbst du? Ja, wo bist du da? Ja. Okay, doch wieder weg sind. Kanade! Oh, fuck. Hilfe. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Hilfe. Boom. Und tschüss. Das muss jetzt einfach sein. Na ja, dann weg. Na ja, dann weg. Fuck. Puh. Oh, ich dachte schon, das wäre eine Granato. Ah, fuck. ā. Oh, cool. He was struck. Fu. Machi. F-k. Fu. 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 Was. Fu. Fu. F-f-f-f-f-f-f-f-f! Warte, dann wird mal ausruhen, ich guck mal wie ich mit der...